Stadtmauern in Forge of Vampires Mitunter kann man auf dem Beta-Server bereits neue Elemente finden, auch wenn der eigentliche Testlauf dort noch gar nicht angelaufen ist. Dennoch möchte ich über neue Entwicklungen immer so früh wie möglich informieren, auch wenn sich bis zur Veröffentlichung daran noch einiges ändern kann. Viele Spieler haben gerade in den frühen Zeitaltern vermisst, die Stadt durch eine Stadtmauer schützen zu können. Zum Schutz neuer Spieler kann nach der Entwicklung der Technologie Fortification, also Befestigungstechnik, in der Bronzezeit dann eine Palisade rings um die Stadt errichtet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Palisade nicht auf der mit normalen Gebäuden bebaubaren Fläche errichtet werden kann, sondern nur auf direkt daran angrenzende Felder. Die Palisade kostet also in der noch sehr kleinen Stadt keinen Platz. Palisaden bringen in der Bronzezeit 10 Zufriedenheit je Bauabschnitt. Das ist ja auch sinnvoll, denn eine gut beschützte Bevölkerung ist sichtlich zufriedener. Obwohl sie Dekorationen sind, können sie nicht von anderen Spielern poliert werden. Mit einem Preis von 10 Münzen und 10 Vorräten sind sie auch für Bronzezeitspieler erschwinglich. Zusätzlich bringt jedes Element der Stadtmauer einen Verteidigungsbonus für die Stadtverteidigung von einem Prozent. Dieser ist allerdings nicht kumulativ. Das heißt, es wird bei der Verteidigung der Stadt entweder die Summe aller anderen Stadtverteidigungsboni genommen oder der Bonus aus der Stadtmauer, je nachdem was größer ist. Nur wenn die Stadtmauer die gesamte Stadt lückenlos umschließt, kommt noch ein dritter Vorteil hinzu. Der Plünderungsabwehreffekt des Galaterturms wird verdoppelt, was zumindest theoretisch erstmals vollständigen Plünderschutz ermöglicht. Beim Aufstieg in die Eisenzeit wird aus der bisherigen Palisade eine Stadtmauer. Sie bietet nun 2% Verteidigungsbonus je Segment und 20% Zufriedenheit. Auch im frühen Mittelalter, im Hochmittelalter, im Spätmittelalter und in der Kolonialzeit steigern sich diese Werte weiter. Allerdings ist dieser neue Schutz nur für Spieler der unteren Zeitalter verfügbar. Im Zeitalter Industrialisierung verfallen die Mauern langsam und sind in der Jahrhundertwende schließlich gänzlich verschwunden, womit dann auch alle positiven Effekte weg sind. Daran erkennt man, dass dieses neue Spielelement vor allem neue Spieler schützen soll, die bislang durch die Eisenzeitkampfstätte und andere Spieler, die die unteren Zeitalter lange bekämpfen, stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Persönlich finde ich, dass InnoGames immer gute Ideen hat, wie dieses Spiel sich im Sinne der Spieler weiterentwickelt. Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen, sondern auch der Weisheit Lehren muss man mit Vergnügen hören. Nicht nur einmal ein Video sehen, sondern den Schritt weiter gehen. Also lautet ein Beschluss, dass man abonnieren muss.